Herzlich willkommen beim A1 Update. Bestelle jetzt unsere TV-Kombi zum Sonderpreis und bekomme auf Wunsch auch noch drei Monate Sky geschenkt. Schluss mit langsam, mehr Bandbreite für alle, die schon A1-Festnetz-Internet haben. Jetzt drei Monate gratis. Samsung Galaxy S9 vs. Huawei M20 Pro, welches der beiden Smartphones besser abschneidet, bist du jetzt am A1-Block. Kennst es schon unseren A1-Störungsassistent? Damit kannst du jetzt nicht nur Internet, sondern auch A1-TV-Probleme selbst beheben. Alle Links findest du in den Kommentaren. Danke und bis nächste Woche.